Heute zeige ich euch, was man tut, wenn man im Aufzug stecken geblieben ist. So, jetzt ist der Aufzug stecken geblieben und so wie man es sehen kann, kann man jetzt aufmachen. Und hier wäre nochmal die Tür, aber weil wir stecken geblieben sind, sind wir ein paar Meter weiter unten. Oder ein paar Zentimeter. Und ich bin im fünften Stock. Und wenn es geht, geht die Tür auf. So wie jetzt zum Beispiel bewegt sich das. Und das war's. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Video.